Ich hab keinen Bock mehr auf Gefängnis. Bevor ich da noch mal reingehe, lasse ich mich abknallen oder ich töte. Alle. Auf den Boden! Alle auf den Boden! Auf den Boden! Hier steht alle! Hier kein Bastard hier! Ich mag alle fucking schließen euch auf. Ich verspreche es dir. Sie übernehmen jetzt das Kommando. Aber ich hab so was noch nie gemacht. Dann wird es langsam Zeit. Zwei Minuten sollten wir hier drin sein. Und jetzt Geiselnahme. Halt dein Bauch, das reicht! Es ist ein Banküberfall, es kommt immer anders als uns bleibt. Ich knall hier ab! In drei! Zwei! Scheiße! Träger! 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 Ich bin nervös jetzt! Und was jetzt? Ich bin nervös! Halt deine Fresse! Kleine Klappe runter! Es geht jetzt nur noch um mich. Denkst du kannst du zerstören? Denkst du spielst mit uns? Wir spielen mit dir! Nimm die Waffe aus seinem Mund! Nimm die Waffe aus seinem Mund! Ich kälke! Ich kälke!